Moin meine Leute, willkommen zu einem neuen Part von dem Remake What? Guck, wir können hier sogar auf die Brücke gucken, sehe ich gerade, bei dem Sabotage-Kreuzer. Das fand ich eigentlich ganz nice. So, dann hoffen wir mal. Aber es sind zwei davon, also die haben insgesamt 20 Flakkanonen gegen 20 Jägergeschwader. Gucken wir mal. 21 Stück habe ich. So. Haben wir den Fallkontakt? Ah, da unten. Ja. Ja, ich bin da. Da, geschießt ein Flakkanon. Irgendwas gestorben ist bisher noch nicht. Du bist am Ballern, das gefällt mir. Der spielt ihr nicht mehr weg. Der Plaggkreuz haben wir auch noch sehr gut. Läuft. Das ist halt krass, wie viel Damage die machen, wenn du heute machst hier Fire at Will, ne? Das ist halt schon echt heavy. Und davor müsste ich eigentlich ein paar brückeige Schiffe setzen. Ja, ja, wohin denn? So. Die Agri-Falte halten aber halt nichts aus. Dafür teilen die halt ein bisschen was aus. Das ist halt schon wieder ganz nice, wiederum. Da kommt er dann endlich an. Okay. Wir haben alles Support-Cruiser. Was supportet ihr denn? Marauderinnen online, wir haben Wettungsordnungen. So. Wir haben besser, wenn er da war. Muli, 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 Muli. Oh, nee, du bist ja nach Geonosis. Redaktion, sorry. Frigate standing by for Orders. Redaktion. Frigate standing by for Orders. Marauder Cruiser hier. Preparate the jump to lightspeed. So, ganzes Geld wird jetzt hier investiert. Können wir mal, Geonosis ist eigentlich eigentlich ein Rauchschätzung, aber eigentlich. Interceptor 4 reporting. Preparate for Hyperspace. Hm. Das bräuchte ich halt eigentlich auch. Ich bräuchte so viele Dinge. Wollen wir mal bitte eben bei Hyperspace. Marauder Cruiser hier. Natürlich. Weiß ich nicht. Müssten wir, ja, müssten wir gewinnen. Ja, das Kanonboden kann mir nix anhaben, weil es nur eins ist. So, und das andere Chip, da mache ich mir jetzt eigentlich gar keine Sorgen. So, wir wollen halt auch nur ihn, ne? Ja, wir gucken einfach mal. Das dürfte aber kein Problem sein. Raketen machen, den Schaden. Guck mal. Ne, der von dem Bombergeschwader, stand da aber nix. Was ist das denn jetzt hier? Ja, der ist jetzt halt drückt. Ja, bitte nicht die Engine. Nein, nicht die Engine. Engine ist böse. Das ist egal. Aber jetzt muss ich direkt die Bodenarm, äh, äh, in meine Raumplatte rüberziehen. Ich hab bloß nicht auf blöde Gedanken kommen, da irgendwie den Boden anzugreifen. Du hast den Kruiser. Ah, danke. Taktische Bottle, imminent. Ich will eigentlich nur Hyperspace erobern. Hallo. Hm. Also, ich würde halt gern noch so eine Investition von so 40.000 machen. Ich würde gern dieses Helden-Uplink kaufen. Und, ähm, die Tech-3. Für Schlachtschiffe. Ich glaub, wir können schon ein Schlachtschiff bauen. Nämlich ne Providence-Class. Glaube ich. Weil sie wissen tue ich das alles nicht. Weil das wäre halt schon ganz geil, wenn wir so eine Formel-Class hätten. Ah, guck mal, die bringen Bombergeschwadermit. Wusste ich gar nicht. Uh, drei Stück schon. Das ist nice. Kommander, move. Was kann ich für dich tun? Nium. Wir haben ihn auf der Runde. Wir sind in Position. Wir sehen dich. Ja, tötet ihn. Das ist Dreckskanon-Mod. Tötet es. Los. Okay, du brauchst einfach nur eine kritische Masse an Agile-Jägern und dann sterben die auch. Okay, nice. Ist jetzt die Frage, was das ist. Sind das jetzt... Ich glaub, ich würd's den Truppentransporter, ne? Die sind viel zu stark. Also ansonsten, weiß ich nicht. Die sind halt wirklich aber zu stark. Vor allem die des Imperiums, ja? Die haben einfach auch Untersysteme. Ja, oder? Ne, haben die gar... Haben die? Weiß ich gar nicht. Aber die sind trotzdem zu stark. Das war an dem einen Stargate-Mod für Empire at War, so. Da hab ich einfach dann 100 Infanteristen gebaut. Dann hat er 100 X... Ist das eine 303er? Ne. Ich hab ja hunderte von diesen Schiffen und hab die halt dann einfach reingeschickt. Und dann hat halt jedes Schiff immer ein System weggenommen. Und da war halt gut, ne? So, let's go. Das ist, wo du uns brauchst. Ja. So, Fokusfeier, Jungs. Üben wir mal nochmal mit dem Fokusfeier. Ja, also die machen halt echt Damage. Und dann das Schild sich gegen regenerieren kann, das also gut. Die 14 Stücke auszuschalten wäre halt schon wichtig. Ich wiederhole nochmal, es wäre wichtig. Ja, ist schon eine Haftleiste und entschuldigen. Nice. Ja, Bro, das ist kein Schnitter. Habe ich doch irgendwie mal. Jetzt ist ja noch weniger aus. So, nehmlich. Oh, der fuck den mal. Ich wollte gerade sagen, zweiten kriegen wir ja wohl auch noch. Also, auf gelb habe ich ja schon einige. Das zerstört irgendwie jetzt zwei. Junge, er steht fast und er trifft einfach nicht, ne? Oh, da sind auch noch Schiffe. Ich glaube, ich kann ja auch noch vorspulen jetzt. Einfach immer schon rakiert und selber verteilen. So, drei Stück haben wir. Jetzt kriegen wir noch einen. Okay. Immerhin drei Stück. Und wir haben nichts verloren. Das ist noch viel wichtiger. Uiuiui. Oh, ja. Vehicle in production. Vehicle in production. Unit canceled. Constructiv. Oh, ich muss mich entscheiden. Oh nein. Was bist du nochmal? Research. Jetzt macht ja eigentlich nur Sinn, hier das hier hinzubauen. Und dann muss ich hier halt auf eine TEC-3 hoch und dann baue ich da den Satelliten hin, was halt auch Sinn macht wegen der Republik, die da irgendwann mal vorbeikommen wird. So, hier haben wir 44. Ich bin bereit. Geht! Marauder Cruiser hier. Ja, die müsste ich eigentlich eigentlich kommen machen. Coming around. Ist das ein scheiß Ernst jetzt? KUYAMAYA SHUN! Sehr gut. Taktische Bottle im Moment. Oh Gott. Ich dachte gerade, der kommt jetzt. Iiii, Flotte, Alter. Keine Ahnung. Sechs Sternsverstörer, fünf Todessterne. Alarm. Düdüü. Flotte kommt nach Tatooine. Düdüü. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Wie kommen die? Achso. Kommen die von Nypuri oder was? Ja, das wäre natürlich ganz nice. Aber die Schlacht im Nypuri sehen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.